Eine neue Folge vom RPR1 Musiktaxi und wir sind heute in Mannheim. Da treffen wir Evelyn, die will 50 Euro haben und wir warten mal. Ah, da ist er, da ist er. Er hat glaube ich einen Adlerschein. Hallo Laura! Komm rein in die Gute, so warm es ist, gell? Wir sind ja Frauen, wir haben es gleich abgedreht. Ist doch egal. Ich sehe einen Adler Mannheim Schal. Das heißt, fahren wir zur SAP Arena? Kann man machen, egal. Bist du Adler Fan? Ja. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Ich kenne nur Ronny Arendt, Hooligan. David Wolf. David Wolf, sieht er gut aus? Ja. Wie beschreibt man? Er ist ziemlich groß, hat sehr viele Tattoos. Ich habe ja auch in Mannheim gewohnt hier. Ich kenne mich so ein bisschen aus, muss ich sagen. Wo gehst du gerne hin? Natürlich, am liebsten SAP Arena, wenn die Adler spielen. Klar, wohnst quasi auch daneben. Das ist mein zweites Wohnzimmer. Ist schon ein brutaler Sport, Eishockey, ne? Ja. Aber es ist trotzdem besser als Fußball. Findest du? Ja. Warum? Weil ab und zu gibt es noch eine Schlächerei. Und genau das war für mich das Problem. Also die Show finde ich mega bei den Adlern. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde, man muss auf jeden Fall, jeder sollte mal zum Eishockeyspiel gehen. Und vor allem bei den Adlern, weil das ist so geil, wenn du dann auf diesen großen Bildschirm in die Kabine guckst und auf einmal kommen die rausgestürmt und sind so richtig wütend. Und das ist nämlich bei mir so, dass ich denke, oh mein Gott, okay, hier fängt gleich eine Schlägerei an. Und wenn du jetzt 50 Euro gewinnst, Dauerkarte hast du wahrscheinlich schon, oder? Im Moment, die jetzige habe ich für diese Saison. Ja. Und das... Was kostet die? 306 Euro. Uff. Eine schöne neue Antasche. Das sind aber die Vorbereitungsspiele, die Hauptrundenspiele, Champions Hockey League und die Playoffs drin, weil es in einer anderen Mannschaft nicht mehr drin ist. Also das hier wären die ersten 50. Ja. Für die neue Dauerkarte. Ja. Wollen wir mal spielen? Ja. 90 Sekunden hast du Zeit. Ich habe fünf Fragen für dich. Und schaffen wir locker. Ja. Alles klar? Alles klar. So. 90 Sekunden hast du Zeit und die laufen ab jetzt. Mannheim. Da kommt natürlich auch Salvia Naidu her. Hatten wir ja gerade erst ein Konzert mit ihm. Privatkonzert. Wie heißt dein Song weiter? Ich kenne nichts. Ich kenne nichts. Das so schön ist wie du. Zweitens. Salvia. Sonnenbrille als Markenzeichen. Anderer Sänger hat immer eine Maske auf. Wen meine ich? A Crow, B Udo Lindenbergs, C Materia. Äh, A. Crow. Richtig. Dritte Frage. Popakademie Mannheim. Da war ja auch Alice Merton. Die hatte einen ganz, ganz berühmten Song, der hoch und runter bei uns. Bei Abwehr 1 lieb. Wie hieß er? Auf. Ging um Wurzeln. Sag weiter. Weiter. Okay, vierte Frage. Welcher Künstler ist dieses Jahr in der Halbzeitshow vom Superbowl aufgetreten? Justin Timberlake. Oh. Fünfte Frage. Welcher Sänger vertritt Deutschland im Mai in Lissabon beim Eurovision Song Contest? A. Ed Sheeran, B. Michael Schulte, C. Hubert K. Michael Schulte. Sehr gut. Und wir kommen nochmal zurück. Wie heißt der Song von Alice Merton? In dem ging es darum, dass sie schon ganz oft umgezogen ist und sich nun so richtig zu Hause fühlt. Ich kann den Summen. Weißt du nicht? Nein! Ich will nur! No Wut! Boah! Den kennst du doch! Aber vier richtige Antworten. Das ist 10, 20, 30, 40 Euro. Super! Danke! Das ist die Anzahlung für die neue Dauerkarte für die Adler Mannheim. Die Zusatzfrage, dann bekommst du den RP1 Bären. Die lautet, wie heißt der einzige Spieler von den Adlern, den ich kenne? Ronny Arendt? HUNIKEN! Emily aus Mannheim!